Ich glaube, so tief sind die Höhlen gar nicht, ne? Vielleicht noch ein Stück höher. Wo hatte ich denn hier? Irgendwann hatte ich irgendwie Cobblestone gesetzt. Okay, wo war denn jetzt der Dings? Moment. Der Bedrock war da unten. Okay, dann nochmal einmal hochbuddeln. Moment. Dann mache ich das mal in dieser Höhe. Ne? Hier könnten noch Höhlen sein, vielleicht. Vielleicht so. Vielleicht ist es so besser. Oh. War hier auch irgendwo eine Schlucht? Hier irgendwo so. Ich höre schon Zombie. Scheint näher zu kommen. Kann das sein? Ich höre ihn auf jeden Fall ein bisschen lauter. Aber ich habe natürlich keinen 3D-Sound, wo ich das irgendwie... Also ich habe irgendwie ein Soundsystem, aber ich habe es natürlich nicht richtig anschließen können, weil hier in der Soundkarte, die eigentlich ja den 3D-Sound machen soll, die hat einen Ausgang für SPDF, also für die Sony Philips Digital Interface. Also so einen optischen Dingsausgang. Und den teilt diese Soundkarte sich aber mit dem Mikrofoneingang. Und da das Mikrofon am anderen Mikrofoneingang vom Mainboard nicht so toll, da funktionieren schon, aber klingt halt nicht so toll, habe ich es einfach mal da reingesteckt. Und jetzt kann ich den Sound nur noch über SPDF vom Mainboard ausgeben, was wiederum kein Dolby Digital live kann. Ähm, also... Na, wie soll ich denn das... Hier war irgendwo der Zombie, aber ich glaube so weit nicht. Ich werde mal in diese Richtung mich graben, weil da hinten ja auch irgendwo eine Schlucht war. Erde, Licht, 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 Licht. Wie viel Fackeln? Ach, da sind ja auch noch welche. Also ich höre hier auf jeden Fall einen Zombie, aber wo ist er? Da wird lauter, ne? Da ist noch ein Redstone. Okay, das ist ein bisschen dunkel. Also hier ist er auch... Okay, jetzt muss ich sowieso mal hoch, weil die Spitz ja kaputt ist. Okay, hops, 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 hops. Ach ja. Und wieder nach oben. Also hier irgendwo müsste eine Höhle sein, aber ich weiß nicht. Ne, das war falsch. Hier muss ich hoch. Ist draußen noch Tag? Ja, draußen ist Tag. Das ist gut. Oder wieder Tag? Ach, scheiße, dann können ja... Dann könnten wir ja irgendwie... Na, die Dings nicht, aber ein Creeper könnte hier rumrennen irgendwo. Und das wäre mir nicht gerade lieb. Da ist noch ein Ei. Ah, aber hier... Vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Schwert. Das hier mal abkommen. Das ist ja ein Maschinengewehr. Bei einem Zuckerrohr. Wird schon wie... Ach, jetzt wird es gerade Nacht. Okay. So, hier ist nichts mehr. Da ist noch was. Und dann bräuchte ich halt Kühe, die ich schlachten kann. Für Leder. Ich weiß, es ist nicht sehr toll, aber lassen wir mal machen. So, jetzt haben wir hier schon wieder fünf Eier. Äh, wie war denn das? Das war irgendwie Zucker und Kürbisse, ne? Äh, machen wir mal ein bisschen Zucker. Machen wir einfach mal 16 Zucker. Und, äh, 16 Eier wollte ich noch. Und das kommt dann hier rein. Und, äh, mit den 16 Eiern und ein paar Kürbissen. Nicht genau, 16. Ups. So. Wollte ich nämlich... Ups. Nein, das soll da rein. Kürbiskuchen machen. Und zwar genau 16. Uuuh. So. Und schon wieder schlafen. Ach ja. Was für ein tolles Wetter draußen ist. Also nicht im RL, sondern in Minecraft. Da hinten ist schon wieder nicht geladen. Uuuh. Und, äh, da läuft ein Creeper rum. Ach, guck mal. Ich geh mal hier weg. Ach, nee. Warte, warte. Ich muss ja noch eine Spitzhacke machen. Hab ich hier noch Holz? Hier ist noch ein einziger Kürbis. Und, ähm... Ja, doch so viel Holz. Ein Zaun ist noch da. Okay, hier ist noch... Hier sind noch zwei Holz. Ähm... Hier müssen noch ein bisschen Holz sein. Noch mehr Holz. Okay. Ähm... Okay, drei Stöcker. Moment. So. Oh. Noch mehr Stöcker. Okay, jetzt haben wir erstmal genug, äh... Stöcker. Und... Das... Hab ich schon wieder weggeworfen. Mein Gott. Was ist denn das jetzt? So, Erde da rein. Äh... Eisen ist hier noch drin. Und... Ein Ei muss da auch noch rein. Und... Eisen. Uuuh. Dann machen wir gleich mal drei Stöcker. Spitzhacken. Die Stöcker kommen wieder zurück. Das Eisen kommt wieder zurück. Und, äh... Das Eisen machen wir auch mal da rein. Erstmal. So. Fackeln haben wir ja jetzt noch. Essen haben wir auch hier noch. Wo ist denn der Creeper jetzt hin? Hier liegt noch ein... Zwei Zuckerrolllinien rum. Die nehmen wir auch mal mit. Und... Und dann einmal nach... Da hinten. Einmal nach unten. Ach ja, hier. Einmal nach unten. So. Irgendmal nach unten. Nach unten. Nach unten. Und jetzt hier rüber. Und hier nach unten. Nicht sehr komfortabel, aber wir kommen irgendwie nach unten. Hier war doch irgendwo die Schlucht. Verdammt nochmal. Wie komme ich denn da rein? Hier hatte ich doch irgendwie... Ach ja. Warte, wir brauchen natürlich hier... Schpzacke hier. So, wie komme ich hier runter? Ich müsste da rüber erst mal. Ähm. Dafür könnte ich die Pflastersteine benutzen. Warte. So. Das war nämlich noch nicht erforscht hier alles. Äh, da einmal eine Fackel hin und... Ach, hier ging es nach oben, genau. Und hier ging es aber auch irgendwie nach unten. Habe ich noch in Erinnerung. Aber wo ist die Frage? Also hier ging... Warte mal. Hier ging es nach oben. Das heißt, hier müsste es doch irgendwie nach unten gegangen sein. Da. Da, 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 da. Da. Wo ich natürlich jetzt schlauerweise das im Wegel gesetzt habe. Warte mal. So. Mit dem Schwert natürlich hauen ich mit der Axt. So, hier waren wir schon, oder? Waren wir hier schon komplett? Ach, hier geht es ja wieder so tief runter. Oh, oh, oh. Okay, da kommen wir noch von woanders hin offensichtlich. Wenn ich wüsste, von wo wäre das natürlich hilfreich. Von hier glaube ich, oder? Hier ist auf jeden Fall was. Da ist noch mehr Eisen. Hier waren wir doch schon. Ja, hier erinnere ich mich vage dran, dass wir hier schon mal waren. Hier kommen wir auch runter. Und sehen da unten einen Lavasee. Ach, hier, 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 hier. Hier, hier war doch die andere Höhle. Moment. Ja, genau. Da hinten geht's noch weiter. Okay, hier einmal so. Damit wir da nicht, äh, aus Versehen reinfallen. Und was sehe ich denn da hinten schon? Oh, oh, oh. Das ist ja ein schlechtes Zeichen fast schon. Diamanten! Diamanten, Diamanten, Diamanten. So. Hier einmal, äh, Eisen. Erstmal mitnehmen. Eins, zwei. Moment, mehr nicht. Nee, nur zwei. Okay. Und dann sind hier auf jeden Fall mindestens drei Diamanten. Wenn nicht gar mehr. Und, äh, hier ist noch Redstone. Ich werde mir erstmal dieses Wasser hier ausmachen. Ähm, ja. Hallo? Wasser? Wie lang ist das? Wie sind langen Wasserflüsse immer, ey? Äh, noch ein Stück. Okay, noch ein Stück. Gut, hier ist eine Sackgasse. Ähm. Ich jetzt die, dieses Rezept von diesem Dings-Table da wüsste. Von diesem, äh, Enchantment-Table. Von dem Verzaubertisch. Das wäre praktisch. Ich weiß noch nicht, was ich verzaubern will, aber... Ich könnte irgendwas verzaubern, auf jeden Fall. Äh, so, die Kohle nehmen wir erstmal mit hier. Weil wir die uns ja auch noch aus Holz machen könnten, irgendwie. So, hier ist noch... Eigentlich könnte ich den Labelslazuli eigentlich da lassen. Brauche ich eigentlich nicht. Hier ist noch mehr, noch mehr, noch mehr. Äh, okay. Hier ist noch mehr Eisen. Eisen. ist hier. Hier. Tja. Okay, interessante Themen zum Reden. Müssten mir auch noch einfallen. Theoretisch. Praktisch. Aber... Achso, ich dachte, da wäre jetzt... Irgendwas. Nee, komm. Nee, 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 nee. Oder? Das kann ja nicht sein, ey. Ha, ha, ha. Aber, 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 aber... Ich vermute, dass dahinter jetzt sich was verbirgt, was nicht allzu toll ist. Nämlich Lava. So, Diamanten. Diamanten. Das ist nämlich einmal passiert, dass so ein Diamant in Lava... Das gibt's ja gar nicht. Ey, wie viele Diamanten sind denn das? Das ist ja unglaublich. Ich muss hier gleich sofort flüchten, weil... Ne, und so. Wisst ihr ja. So, hier war jetzt erstmal nichts. Hier waren noch mehr Diamanten. Ach, du heilige Kacke. Wie viele Diamanten haben wir denn hier? Vor allem heilig ist diese Kacke hier auch. Auf jeden Fall, ja, ja. Ey. Ha, ha. Ey. Hallo? Das gibt's ja gar nicht. Ich muss gerade an die Zwerge denken, die ja zu gierig und zu... Apropos, zu gierig. Und zu tief gegraben. Ach, scheiße. Äh, zu gierig und zu tief gegraben haben. Und dann, äh, kam dieser Ballrock da. So, wie krieg ich denn das jetzt da weg? Warte mal kurz. Ach, du Scheiße. Moment, Moment, Moment. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ähm. Okay, andere Strategie. Erstmal die Diamanten hier wegholen und dann einfach weggehen. Da hinten sauernd eh keine mehr. Ich mach mal hier wieder zu. Erstmal. So, sollte reichen. Ja, da hinten ist noch Eisen. Das hol ich mir jetzt mal nicht. Und geh einfach mal wieder zurück. Äh, weil ich ja auch weiß, wo es zurückgeht. Hier irgendwie. Hier irgendwie ging's doch hoch. Moment. Wir waren gekommen von hier. Wie viel? Och, du Scheiße, ey. Wir sterben auf jeden Fall. Wir haben 16 Diamanten mit. 16. Das ist ein Garant dafür, dass man stirbt oder sich verläuft irgendwie. In dem Fall verlaufen wir uns wahrscheinlich eher, als dass wir sterben. Warte mal. Da könnte es weitergehen. Theoretisch. Ah. Zombie. Wir sind ja auch schlauer geworden. Nee. Was ist denn noch? Da ist noch ein Zombie. Okay. Da hinten sehe ich einen Creeper-Kopf. Hier sehe ich gerade noch eine Schlucht. Ich glaube aber... Nee, warte. Hier waren wir schon. Ach, hier ist das. Genau. Hier kommen wir wieder zurück. Ähm. Wunderbar. Oder auch nicht. Ähm. Hier geht es jetzt auf jeden Fall hoch. Bitte lass hier nichts Böses sein. Oh ja, hier ein Monsterfall ist. Ähm. Ja, jetzt sind wir hier oben. Einen Moment. Wir sind ein wenig zu hoch gesprungen, glaube ich, weil wir müssen hier hin. Wir sind noch nie. Wir sind noch nicht.